Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 58 von Elder Scrolls Lore und in dieser Folge geht es um die Riehklinge von Solstheim. Und die meisten Spieler kennen diese kleinen blauen Wesen vermutlich aus dem Dragonborn DLC für Skyrim, doch auch schon in Elder Scrolls Morrowind tauchen sie im Blood Moon DLC auf, das ebenfalls auf Solstheim spielt. Wobei die Riehklinge fast immer nur Feinde sind, die den Spieler in Gruppen angreifen und die es zu besiegen gilt. Doch vor allem in Skyrim, aber auch in Blood Moon in Morrowind erfährt man auch, dass die Riehklinge weit mehr sind als bloß primitive kleine Monster. Zu finden sind die Riehklinge dabei nur in ihrer Heimat Solstheim, einer Insel nördlich von Morrowind. Diese wird von Eis und Schnee und dem kalten Klima des Nordens dominiert, wobei aber ein guter Teil der Insel auch durch den Ausbruch des Roten Berges im Jahr 5 der 4. Ära getroffen wurde und nun von Asche bedeckt ist. Nur im Jahr 582 der 2. Ära wurden Riehklinge auch außerhalb von Solstheim in Himmelsrand gesichtet, wo sie eine Stadt in Ostmarsch angriffen, wobei die Nordsee aus Rache daraufhin auslöschten. Und seitdem wurde auch kein Riehkling mehr in Himmelsrand gesehen. Der Ursprung der Riehklinge ist allerdings nicht ganz klar. Die Skarl, die einheimischen Nord von Solstheim, sind dabei der Meinung, dass die Riehklinge von den Schneeelfen abstammen und eine andere Art von Phalmer sind. Die Gelehrten des Kaiserreichs dagegen sind der Ansicht, dass die Riehklinge eine Unterart der Goblins sind. Da Goblins auf fast ganz Tamriel verbreitet sind und sogar auf Akavir leben sollen und dabei viele verschiedene Formen annehmen können, wäre es auch durchaus möglich, dass es sich bei den Riehklingen um einen Stamm der Goblins handelt, der sich auf Solstheim angesiedelt hat und sich dann an das raue und kalte Klima angepasst hat. Viele Eigenschaften der Riehklinge passen dabei auch recht gut zu denen der Goblins. Auch sie haben spitze Ohren, Reißzähne und die typische kleine Statur. Auch wenn es Goblinarten gibt, die fast die Größe eines Menschen erreichen können. Auch das durchgehend aggressive Verhalten der Riehklinge passt sehr gut auf das der Goblins. Weshalb auch ich der Meinung bin, dass die Riehklinge vermutlich Verwandte der Goblins sind, die vor langer Zeit nach Solstheim zogen und sich dort in den Höhlen und Hügeln einrichteten und sich an ihre Neuumgebung langsam anpassten. Die Kultur der Riehklinge ist dabei einfach und primitiv, ebenso wie die der Goblins. Auch sie organisieren sich in Stämmen, die von einem Häuptling geführt werden und in jeder Riehkling eine bestimmte Rolle übernimmt, wie zum Beispiel Sammler, Jäger, Krieger oder Späher. Der Rang eines Riehklings innerhalb des Stammes ist dabei meist an seiner Kleidung zu erkennen. Zum Beispiel durch reicheren Schmuck, Turfäen oder Federn. Die Position des Häuptlings fällt dabei stets dem stärksten Riehkling zu, wobei dieser auch immer in einem Zweikampf auf Leben und Tod herausgefordert werden kann, um einen neuen Anführer zu bestimmen. Auch der Nachfolger eines Häuptlings, falls dieser stirbt, wird durch einen Kampf zwischen den Anwärtern bestimmt. Das Herausforderung des Häuptlings ist dabei in seltenen Fällen sogar für Nicht-Riehklinge möglich, die dann Anführer des Clans werden können. Als Behausungen errichten sich die Riehklinge meist einfache kleine Hütten aus Knochen, Fällen und Holz, wobei sie als Wohnorte Höhlen bevorzugen, manchmal aber auch über der Erde in den Bergen und Hügeln von Solstheim, vor allem im Norden und Westen siedeln. Oftmals erbauen sie sich dabei auch einfache Verteidigungsanlagen aus Zäunen und Türmen aus Holz, von denen aus sie Angreifer mit Speeren bombardieren können. Diese verteidigen sie auch vehement gegen jede Art von Eindringling und zeigen sich dabei hochaggressiv gegenüber fast jeder Art von anderem Lebewesen. So ist bekannt, dass die Riehklinge oft Wölfe töten und selbst Zweiglinge angreifen und manchmal sogar gefangen nehmen und foltern. Und auch im Kampf sollte man die Riehklinge trotz ihrer geringen Größe nicht unterschätzen. Um den Nachteil ihrer kleinen Statur dabei auszugleichen, greifen sie fast immer in Gruppen an und aus dem Hinterhalt. Ihre bevorzugte Waffe ist dabei der kurze Riehklingsspeer. Sie können aber auch fast jede andere Art von Waffe verwenden, wobei sie aber diese meist nicht selbst herstellen und schmieden, sondern lediglich finden oder stehlen. Eine weitere große Leistung der Kultur der Riehklinge ist es auch die Bürstenrücken, eine große Wildschweinart, die auf Solstheim heimisch ist, gezähmt zu haben. Diese Schweine nutzen sie oft als Reittiere und reiten die Bürstenrücken auch oft in den Kampf, was sie besonders gefährlich machen kann. Das Erbauen von Siedlungen, das Herstellen von Werkzeugen und sogar das Zähmen von wilden Tieren zeigt dabei, dass die Riehklinge wirklich ein gutes Stück klüger sind, als ihnen so mancher Nord und Skal vielleicht zutraut. Manche Riehklinge sind dabei sogar in der Lage, einfache Worte und gebrochene Sätze in der Sprache der Menschen zu sprechen und viele von ihnen sind in der Lage, Menschen grundsätzlich zu verstehen. Die eigene Sprache der Riehklinge ist dabei jedoch fast völlig unbekannt. Und auch über die Geschichte dieses Volkes wissen wir nur wenig. Bekannt ist aber, dass die Riehklinge in der dritten Ära dem Frostriesen Karstak folgten und dienten. Als dieser dann aber im Jahr 427 der dritten Ära von Hirsine für eine seiner Jagden ausgewählt wurde und schlussendlich während der Jagd durch den Spieler getötet wurde, übernahm ein Riehkling namens Dulk die Eisfestung Burg Karstak. Dieser versuchte dann einige der Graals, Verwandte der Eistrolle, als seine Untergebenen einzustellen. Diese wandten sich aber gegen die Riehklinge und wurden dann durch den Riehkling Kirsch und den Spieler gerettet. Wobei es hier vor allem die Leistung des Spielers war, die Riehklinge vor ihrem Untergang durch die Graals zu retten. Ein weiteres Ereignis war dann im Jahr 201 der vierten Ära, als ein Clan von Riehklingen die Medhalle Tirsk angriff und eroberte. Die Riehklinge hatten Gefallen an dem Med der Nord gefunden und wollten ihn ganz für sich haben, weshalb sie den Nord angriffen und in ihrer eigenen Halle vertrieben. Hierbei legt erneut die Entscheidung beim Spieler, ob er die Riehklinge unterstützt die Halle zu halten oder den Nord hilft, diese zurückzuerobern. Sollte sich der Spieler dabei für die Riehklinge entscheiden und sich diesen anschließen, so kann er mehrfach mit diesen interagieren und erhält einen Einblick in deren Kultur. Und kann am Ende sogar der Häuptling der Gruppe werden, wenn er den bisherigen Anführer im Zweikampf besiegt. Sollte man dabei der neue Häuptling werden, kann man auch einige Riehklinge als Begleiter mitnehmen. Die Riehklinge verfügen des Weiteren auch über eine Religion, wobei aber nicht klar ist, welchen Gott oder Götter sie anbeten. Es scheint auch keine Schamanen oder religiöse Führer zu geben. Stattdessen scheinen einfach alle Riehklinge an bestimmten Ritualen teilzunehmen. In Skyrim kann man dabei in der Höhle Frosel beobachten, wie die Riehklinge den Nachbau einer von einem Pferdeskelett gezogenen Kutsche anbeten und als Altar verwenden. Alles in allem sind die Riehklinge also ein primitives, aber nicht zu unterschätzendes Volk, das sich auf einem ähnlichen Entwicklungszustand befindet, wie die Riesen von Himmelsrand. Eine letzte Eigenheit der Riehklinge ist dann aber noch, dass sie gerne Dinge sammeln und in ihren Hütten und Höhlen allerlei Sachen, von Gold und Schmuck bis hin zu rostigem Besteck, alles mögliche zusammentragen. Und wenn man sich in der Höhle Ben-Kogerike etwas genauer umschaut, so findet man dort den Hort eines Riehklings, der offenbar ein besonderes Interesse an Literatur und einer gewissen drallen agonischen Maid entwickelt hat. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Elder Scrolls Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinungen zu diesem Video und Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Elder Scrolls Lore.